Willkommen zur Vorstellung des neuen Renault Captur. Wir werden uns alle neuen Merkmale dieses neuen dynamischen, geräumigen und personalisierbaren SUV ansehen. Los geht's! Die Produkteigenschaften des neuen Renault Captur machen ihn zum idealen SUV. Die Abkürzung SUV steht für Sport Utility Vehicle. In anderen Worten ein robustes Mehrzweckfahrzeug für die Familie. Komfortabel und einfach in der Handhabung. Ihr idealer Partner für Sport und Freizeit. Selbstbewusst und stromlinienförmig, der neue Renault Captur wurde nicht nur für Abenteuer entworfen, sondern auch für diese gebaut. Dank seiner großzügigen Bodenfreiheit bewältigt er mit Leichtigkeit Bodenwellen und unebene Straßenbelege. Der neue Renault Captur bringt sie immer ans Ziel. Egal ob durch den Stadtverkehr oder über unbefestigte Straßen. Ein SUV ist auch ein Fahrzeug, um ihre Familie mit gutem Gewissen zu transportieren. Die erhöhte Sitzposition vermittelt dem Fahrer ein sicheres Fahrerlebnis. Mitfahrer schätzen den Komfort und die Sicherheitsmerkmale. Vom ersten Anblick an sticht der neuere Renault Captur aus der Menge heraus. Athletisch und schnittig unterstreicht er seine DNA als SUV mehr als je zuvor. Der Grill wurde verbreitert und die Motorhaube wurde mit mehr Konturen gestaltet. Chrom-Elemente betonen die imposante Raute ebenso wie die Luftleitbleche, die die aerodynamische Leistung des Autos verbessern und den Kraftstoffverbrauch senken. Die mutige Form der Stoßstange unterstreicht seinen Anspruch als Vorreiter seiner Klasse. Der neue Renault Captur besitzt die bekannte C-förmige Lichtsignatur, die sowohl elegant als auch effizient ist. 100% Voll-LED-Scheinwerfer mit weiträumiger Ausleuchtung und gleichzeitig geringem Verbrauch und langer Haltbarkeit. Die Profilansicht betont seine Dynamik. Die leicht konturierten Linien des neuen Renault Captur ziehen sich über das gesamte Fahrzeug. Die gerundeten Formen an der Tür heben die Silhouette des Fahrzeugs hervor. Die neuen 18-Zoll-Räder betonen sein Charisma. Der neue Renault Captur ist auch ein Jäger. Aber keine Sorge, die optional verfügbare Haifisch-Antenne beißt nicht. Sie bietet lediglich noch besseren Radioempfang. Am Heck dieses SUV befindet sich die brandneue elegante und sinnliche Lichtsignatur. Die C-förmigen 100% LED-Lichter sind auf den ersten Blick erkennbar, selbst bei gedämmtem Licht. Schauen wir uns nun die Farbauswahl an. Der neue Captur ist noch anpassbarer als andere Fahrzeuge aus diesem Segment. Wählen Sie aus elf verschiedenen Farben. Drei davon sind neu in der Auswahl. Alabasterweiß, Aquamarinblau, Amethystschwarz. Oder wie wäre es mit Atacama-Orange? Aber dabei muss es nicht bleiben. Wählen Sie eine passende Lackierung für das Dach, die Seitenspiegel und für den Heckspoiler. Sie können auch weitere Farbakzente an der Front, am Heck und an den seitlichen Türprotektoren setzen. Es stehen somit insgesamt 90 Farbkombinationen für einen einzigartigen SUV zur Verfügung. Länger und breiter. Der neue Renault Captur macht einen Schritt nach vorn. Der neue Captur ist geräumiger als zuvor und bleibt trotzdem geräumig genug für entspanntes Fahren in der Stadt. Mit einem verstärkten SUV-Design. Die Motorhaube ist jetzt noch geradliniger und länger für ein ausdrucksstärkeres Erscheinungsbild. Nichts könnte einfacher sein als der Einstieg. Kein Hinabbeugen oder Hochsteigen mehr. Der neue Captur ist ein SUV mit jeder Menge Kofferraumvolumen. Die Kofferraumtür ist größer und praktischer. Entworfen, um auch große Gepäckstücke einzuladen. Der Kofferraum fasst 536 Liter. 81 Liter mehr als der Vorgänger. Das entspricht 20 Prozent mehr Platz. Optimal für den Einkauf im Baumarkt, den Wochenendausflug, den Kurztrip und lange Urlaubsfahrten. Dank seiner verschiebbaren Rücksitze kann der Kofferraum noch flexibler genutzt werden. Und für sehr große Transportobjekte kann die Rückbank ganz einfach durch das Betätigen der zwei Hebel umgeklappt werden. So einfach vergrößert sich die Ladefläche um 1,57 m. Genügend Platz für einen zusammenbaubaren Kleiderschrank. Der neue Captur lädt Sie ein, einzusteigen. Nähert man sich dem Fahrzeug mit der KeyCard Handsfree, erhellen sich die Außenlichter, die Rückspiegelklappen auf und die Türen werden entriegelt. Ein wahrer VIP-Empfang. Zum Abschließen muss man sich einfach nur vom Auto entfernen. Im Innenraum. Der Fahrgastraum ist mit seinen klaren Linien geräumig und luxuriös. Das 10 Zoll Display hinter dem Lenkrad ist hell und kann angepasst werden. Die Lichtstimmung, die Menüführung und vieles mehr kann den eigenen Wünschen angepasst werden. Das 9,3 Zoll Multimedia Display und die Klimaanlage sind dem Fahrer zugewandt. Dieses Display ist das größte in seinem Segment. Eine 7 Zoll Variante ist ebenfalls erhältlich. Das neue ergonomische Soft-Touch Lenkrad und die Soft-Touch Oberflächen verleihen dem Renault Captur einen neuen Look. Auch die Mittelkonsole wurde aufgewertet. Die Armlehne ist verschiebbar und erleichtert so die Bedienung der Gangschaltung. Die Handbremse muss nicht mehr manuell betätigt werden. Sie greift und löst sich elektronisch. Ein Punkt weniger, um den man sich Gedanken machen muss. Mit 27 Litern Platz in den Ablagefächern ist der neue Renault Captur Spitzenreiter bei den Urban SUV. Das Fach in den Türen bietet genügend Platz für eine 1,5 Liter Flasche. In der Mittelkonsole findet man eine induktive Ladefläche für Ihr Smartphone. Das Handschuhfach bietet 10 Liter Platz für die alltäglichen Begleiter. Für noch mehr Komfort sorgt die 15 mm längere Sitzfläche und die umhüllende Form. Die ausgehüllte Linienführung bietet Mitfahrern auf den Rücksitzen mehr Beinfreiheit. Von dort aus wurde der Blick nach vorne durch niedrigere Kopfstützen verbessert. Als Option erhältlich? Der Fahrersitz ist mit elektrischen Tasten erhältlich. Erstmalig ist der neue Renault Captur mit einem Glasdach erhältlich, um seine gehobenen Ansprüche zu unterstreichen. Die verstellbare Rückbank bietet Platz für drei Personen und zwei Isofix Ankerpunkte für Kindersitze. Isofix ist der internationale Standard für Kindersitze. So können Sie die Fahrt mit ruhigem Gewissen genießen. Im Font des neuen Renault Captur befinden sich noch mehr nützliche Helfer. Eine 12 Volt Steckdose, zwei USB-Anschlüsse für Smartphones und Tablets und zwei Belüftungszugänge sorgen für ein erstklassiges Fahrerlebnis. Zum Start Ihrer Reise müssen Sie lediglich den Startknopf drücken. Der neue Renault Captur strebt nach höchster Qualität, besonders im Bereich Technologie. Der optional erhältliche größte Multimedia-Touchscreen in seinem Segment ist auf dem neuesten Stand der Technik. Das Multisense-System ermöglicht die Auswahl aus acht verschiedenen Display- und Innenraum-Einstellungen. Der neue Renault Captur ist zu 100 Prozent voll vernetzt. Die integrierte 4G-Technologie ermöglicht europaweit drei Jahre kostenlosen Zugriff auf alle Services. Sie kennen nicht die genaue Adresse Ihres Ziels? Kein Problem. Die Google Keyword-Suche hilft Ihnen weiter. Für Verkehrsinformationen und Gefahrenmeldungen können Sie zwischen den Anbietern TomTom und Coyote auswählen. Bestätigen und senden Sie Ihren Zielort ganz einfach direkt an Ihr Fahrzeug. Der Zielort wird auf Ihrem Display angezeigt. Schnell und effizient. Sie erhalten die Wetterdaten mit nur einem Klick. Die App führt Sie auf direktem Weg zu Ihrem Fahrzeug. MyRenault ortet den Standort Ihres Fahrzeugs und zeigt Ihnen den Weg dorthin. Nach dem Einsteigen führt Sie das Navigationssystem sicher zum Ziel. Software und Kartenupdates für Renault EasyLink werden automatisch aufgespielt. Einstellungen und Downloads sind nicht mehr nötig. Das System ist immer auf dem aktuellen Stand, egal wo Sie sich befinden. Natürlich sind Apple CarPlay und Android Auto nach dem Verbinden nutzbar. Sie können all diese Apps wie Waze, WhatsApp, Deezer und Spotify nutzen. So können Sie stets auf Ihre Lieblingsmusik zugreifen. Dank des Bose Soundsystems wird Musik zum Erlebnis. Der Stauraum wird mit neuen Lautsprechern und einem integrierten Subwoofer nicht beeinträchtigt. Drehen Sie die Musik im neuen Renault Captur auf. Dieser neue SUV sorgt für ein aufregendes Fahrerlebnis. Robust, dynamisch und komfortabel. Sie werden beim Fahren des neuen Renault Captur Ihr Lächeln kaum verbergen können. Sportlich, effizient und komfortabel. Da fällt es schwer, sich für einen seiner Vorzüge zu entscheiden. Mit dem Multisense System der zweiten Generation gelingt das Wechseln zwischen den verschiedenen Fahrmodi noch einfacher. Eco, Sport, MySense ermöglichen die Einstellung der Lenkungsgenauigkeit und der Reaktion auf das Gaspedal. Sie sind der Kapitän. Der neue Renault Captur ist mit neuen Motoren erhältlich. Diese erfüllen alle aktuellen europäischen Abgasnormen. Unter der Motorhaube sind zahlreiche Benzin- und Dieselmotoren verfügbar. Darüber hinaus bietet Renault auch Flüssiggas- und Plug-in-Hybridmotoren an. Die manuelle 5- oder 6-Gangschaltung sowie das automatische 7-Ganggetriebe EDC sorgen für nahtlose Übergänge. Das Doppelkupplungsgetriebe schaltet besonders sanft für komfortables Fahren. Wenn Sie jedoch sportlicher fahren möchten, können Sie die Gänge immer noch manuell schalten, indem Sie auf den neuen elektronischen Schalthebel namens E-Shifter drücken oder über die Regler am Lenkrad schalten. Technisch auf dem neuesten Stand vielseitig und mutig. Der neue Renault Captur wird Sie begeistern. Steigen Sie ein und lassen Sie sich überzeugen. Der neue Renault Captur macht keine Kompromisse, insbesondere beim Thema Sicherheit. Neuer Chassis auf dem neuesten Stand der Fahrassistenzsysteme. Auch hier ist der neue Renault Captur Vorreiter in seinem Fahrzeugsegment. Standardmäßig in allen Versionen verfügbar. Verkehrszeichenerkennung und Geschwindigkeitswarner. Spurhalteassistent. Lichtsensor. Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer. Notbremssystem mit Fußgängererkennung. Totwinkelwarner und Fernlichtassistent sind optional erhältlich. Sie möchten noch entspannter ankommen? Der neue Renault Captur geht einen weiteren Schritt Richtung autonomes Fahren. Die fortschrittlichen Autobahn- und Stauassistenten sind einzigartig in diesem Segment. Das System vereint Tempomat und Spurhalteassistent durch automatisches Bremsen und die Start-Stopp-Automatik. So wird der Fahrer auf langen Fahrten entlastet. Der neue Renault Captur bietet darüber hinaus verschiedene Parkassistenzsysteme. Das optional erhältliche Easy Park Assist System steuert das Lenkrad auch bei schwierigen Parkmanövern mit höchster Präzision. Mit der 360-Grad-Kamera gelingt das Einparken im Handumdrehen. Vielen Dank, dass Sie dieses Video angeschaut haben. Wir hoffen, dass all Ihre Fragen zum neuen Renault Captur beantwortet werden konnten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, klicken Sie bitte auf den Gefällt-mir-Button und abonnieren Sie unseren Kanal. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website oder schauen Sie einfach bei Ihrem nächstgelegenen Renault-Händler vorbei und vereinbaren Sie eine Probefahrt. Nochmals vielen Dank und bis bald!